Der Empfang Ihres One-Time-Passwords per SMS oder Mobile-Text-Nachricht ist ein einfacher und schneller Weg, um eine Zwei-Faktor-Authentifizierung für jeden Service, wie zum Beispiel Ihr Firmen-VPN, einzusetzen. Hier ist ein Beispiel, wie Sie Ihren WatchCut VPN-Zugang per SMS-Authentifizierung absichern. Geben Sie dazu zunächst den Link Ihrer VPN-Plattform ein. Geben Sie nun Ihren Username und Ihr Kennwort ein und klicken Sie auf Submit. Das One-Time-Password wird Ihnen nun auf Ihr Mobiltelefon gesendet. Geben Sie das erhaltene Passwort im Response-Feld ein und klicken Sie wieder auf Submit. Und schon sind Sie sicher mit Ihrem Firmen-VPN per Zwei-Faktor-Authentifizierung verbunden. SMS-Authentifizierung ist nur einer von vielen Wegen, um starke Authentifizierung mit WatchCut SSL in Ihrem Netzwerk umzusetzen. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020